jetzt geht es wieder mit dem Serverless ja jetzt geht es wieder ja weil ich vielleicht irgendwas gerade auf dem Host System oder sowas ja ich glaube du bist hier langgelaufen hast du hier fliegen lassen oh das kann mal wirklich sein ich vergesse auch gerade wieder Fakten zu setzen ja ich bin hinter dir wie ich meine Augen zukneifen muss dass ich da sehe ob da was ist oder nicht hey morgen machen wir weiter gell mit Tagit ich will immer Hexe zahlen ja 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 mach mal auf jeden Fall er hat gelackt wieder ja doch er hat gelackt ja Alter so viel Kohle ja Petty du bist gerade nicht in der Aufnahme kannst du gucken ob Lina noch auf dem Test ist ja ja schau mal ja 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 3 wo wir im W2-Spiel war schon dabei äh wann die wo glaub nicht dabei wo wir so angekotzt waren ne da war's nicht dabei wo wir so richtig angekotzt auf die waren weil ich gehen mitten im Game einfach raus und sagen ja die haben jetzt was zu besprechen das war da an dem Abend wo ich total angekotzt war mhm und dann tötet mich Jonas glaub zwei oder dreimal mal und ähm da war ich halt einfach so scheiße angekotzt und das geile war ähm Danny oder die haben ich hab halt immer gefragt ja was die da so gemacht haben hab ich gesagt ja ähm wir haben halt über Privates über Danny geredet hatte aber gesagt das ist auch über Lina geht und dann das hat er dann zu Wuppwupp geschrieben und zu mir die geschrieben dass Lina einfach so dazu gekommen ist das heißt das ist ja schon das ist ja schon mal Widerspruch ja das hab ich schon mal gewundert aha ok dann hatte ja ähm dann hatte ja so gesagt oder dann hat Lina mir gesagt das ist und dann habe ich besser gesagt Lina gefragt über was die Bob geredet haben mhm hat er gesagt der hat über Privates von ähm hast du doch grad Licht gemacht? ja kann wirklich sein über Privates von ähm Danny das ist eigentlich so das ist eigentlich privat ist und das eigentlich niemand wissen sollte dann sag ich so ja ok aber wieso sagt er es dann euch wenn das so geheim ist und alles ja weißt der Junge den dann versteht ja gut aber du sagst auch nicht jedem was du jetzt nicht zum Beispiel erzählst ja gut aber äh ja wir können es aber auch dem entsprechend schon um einiges länger ich sag mal wie lange kennt Danny Jonas? ähm pfff 2 Monate ne wenn es hochkommt? ne wenn es hochkommt? ne ne doch 1 Monat schon? ne doch ich kenn Danny erst 3 Wochen hä? echt? naja ist die dann sind es 2 Wochen wo die sich kennen ne warte warte ah oder vielleicht auch 4 4 5 Wochen könnte es auch schon sein aber niemals 2 Monate ah ein Monat aber mindestens schon das heißt weißt ne das hat mich dann auch so angekotzt, weißt? Ja und dann habe ich halt auch ein bisschen clean angekotzt und na weil ich da eh schon ich war so scheiße angekotzt ich war so scheiße angekotzt aber eigentlich gehört sie ja auch nicht in die Aufnahme aber was ist? eigentlich gehört sie ja nicht in die Aufnahme aber ist jetzt egal man, bei mir ist Endstation sag Gott oh Gott bei mir gehts ziemlich weit runter ich weiß aber nicht ob ich da irgendwann wieder hochkomme ich hab ganz viel Aluminium äh ich hab ganz viel Aluminium Kraft ja oh ah Juli ich hol das mal mach das ey das ist Öl wow wie Öl? ja du brauchst ja Öl ne? wo gibt's Öl? ja und dann ja gibt's da auch Öl sie ernten sich das ist da irgendwie weitergehen mit mit Gäng oder so nur nichts komm wieder hoch macht das Das große Backpack herzustellen braucht eine Strings. Von Anfang reichen die Kleinen. Nein. Nein. Brauchst du ja ewig lange, bis du ein großes hergestellt hast. Okay, hier geht's schon mal nicht mehr weiter. Das ist schon mal schön. Bei mir geht's weiter. Oh, scheiße. Ich war auf jeden Fall in so einen kleinen Nebengang gegangen. Ach, du scheiße. Da ist eine Spinne. Hallo, Spinni! Spinnen sind freundlich. Äh, ne, ich war hier schon mal. Und hab nicht ausge... Ne, ich war hier noch nicht. Hä? Noch ein Zombie-Kopf. Nicht black, nicht boy. Doch, ich war hier schon mal. Hier ist noch Crawler. Oh, ich hatte nur Iron und so einen ganzen Scheißdreck. Ich brauch Silber. Oh, du merkst es voll der Hirsch... voll dein Atmen. Weil der... weil der in Skype die ganze Zeit das Mikro anhört. Oh, Skelett, 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 Skelett. Gott, bin ich so schrocken. Hast du die Bergbank dabei? Ja, ich hab sogar zwei Öfen dabei. Komm mal kurz zurück. Ah, du bist ja. Platzier die mal bitte. Ich würd keine Kohleblöcke machen. Warte mal. Warte mal, ich tu mal dann gleich hier mal... Die zwei Öfen werden schnell natürlich mal schnell, weil irgendwas brennen. Machen wir gleich mal ein wenig Rüstung. Iron Oil. Iron Oil. Hast du auch noch Iron? Mhm. Und schluss auch bitte im unteren Ofen. Oben ist nämlich voll. Mhm. Danke. Dann kann ich hier die Kohle voll abbauen. 18, passt. So, jetzt hab ich 51. Ach du scheiße, ich hier viel Kohle. Und Patty ist kurz gemutet. Da kommt die Sonne. Hast du mir irgendwas gesagt? Ich war nämlich grad kurz weg. Mami. Nee, das ist nicht gut. Ich hab nur gesagt, dass du kurz gemütet bist. Äh. Ich hab auch schon mal. Ich hab auch nicht mehr so lange. Ich hab nur noch 10 Minuten. Mhm. So. Ich bräuchte nen Schwert, Patty. Mach ich. Und warte, ich hab nur noch... Okay, ich hab grad den neu angefangen und dann noch eine Spitzhecke. Dreh dich um, da liegen zwei Schwerte. Okay. Thank you. So. Du musst erstmal schnell ein wenig Rüstung. Sonst verreck ich hier echt noch. Ähm. Da ist ich noch was. Hier ist noch Kohle. Was brauchst du noch? Du brauchst noch Schuhe und Helm, gell? Ja, find ich aber eigentlich unnötig. Nix. Nix ist unnötig. Toyota. Ja. aver.